Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Wetterexperten sprechen davon, dass uns das heißeste Wochenende bevorsteht. Morgen müssen wir uns auf schweißtreibende 33 Grad einstellen. Den ganzen Tag über strahlt die Sonne ungetrübt von einem stahlblauen Westsachsenhimmel. Nach einer Nacht mit Tiefstwerten um die 15 Grad wird es am Sonntag so richtig heiß. Sonne pur und 36 Grad, das sagen die Wetterfrösche voraus. Begleiten wird uns ein warmer Wind. Zum Wochenstart gibt es dann angenehme 22 Grad. Mit Regenschauern starten wir in den Tag, später reißt der Himmel auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Der Dienstag wird mit Sonne pur und 27 Grad ein recht schöner Tag.